Die Dressur für sich entscheiden konnte und natürlich hier bei der Deutschen Meisterschaft Lauchanbüden die Medaillenplätze im Auge hat. Vorletztes Inlandes, das Inlandes der Kreissparkasse Ostalp, jetzt die Bühnefahrerin aus der Schweiz, Schmittlin ist da unterwegs und die anderen, die immer noch schreien, nicht verwandt, wenn es nicht verwandt wird. Und also am Top unterwegs.